Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield 1, das Coup-Erlebnis zusammen mit Linus. Moin moin Freunde, ja auf der wundervollen Map Monte, nicht Monte Kappa am Rande des Reiches. Monte am Reich. Oh, bei ihm muss da irgendeiner sein. Ist doch gerade einer abgestürzt. Das ist ein Boot, hier ist ein Boot, oder? Was von uns? Ich habe ihn. Ist doch noch einer. Ja, muss hier noch irgendeiner sein. Dann suchen wir ein bisschen den Burschen. Ich bin auch Snipper, tatsächlich. Aber da wir ja auch mal mit anderen Klassen spielen wollen. Kannst du aufdecken, kannst du aufdecken. Ja, fände ich in Ordnung. Ja, ich bin jetzt ein bisschen... Achso, ja stimmt, ich kann tatsächlich nicht aufdecken. Ja, das ist wieder cool. Ja, aber das reicht nicht aus, vom Gesamten her. Doch, da ist er. Oh, die arme Sau. Radios. Geil, geil, geil. Schönes Ding. Ich will aber noch den Kollegen, ob er vielleicht Medic übernimmt. Ich glaube, der war schon fast die ganze Zeit Medic. Lass dir mal was anderes spielen. Aber ich will jetzt auch hier noch Kugeltyp spielen. Das ist ja ein Können, er muss ja nicht. Hier sind jetzt schon wieder Leute. Ich habe die sogar aufgedeckt. Ich hoffe, dass sie da einfach gekippt werden. Nee, nee, wir haben sie nicht. Ich will jetzt den Punkt hier eigentlich nicht schenken. Einen habe ich hier. Jetzt haben wir sie auch, glaube ich, ja. Jetzt sind sie weg. Alles cool. Alles cool. Dann warten einfach mal kurz auf mich am besten. Ich bin Slipper, ich kann warten. Das sind noch 50 Meter. Ich habe auch noch einen Schuss für die schicke Aufdecknis-Tool. Ich könnte sogar mal auf die anwenden. Naja, genau, deswegen speisen wir auch auf. Und? Da ist er. Oh, ich höre da, glaube ich, einen Flammenwerfer. Noch keinen gespottet. Nö, ich glaube, hier rum ist er. Ich treffe ihn gerade überhaupt nicht gut. Was gibt es denn nicht? Oh, ich sehe es ja. Lief bei mir nicht anders. Ich bleibst es ja immer, bis du wieder da bist. Ja, das ist ja gar nicht schlecht. Mit einem Schuss zwei Leute. Ich habe sie beide mit der Martini. Bang, bang, bang. Ich brauche nur jetzt, muss ich wieder beitreten können. Halte durch! Das ist einer ausgestiegen, der ist aber, glaube ich, Fahrzeug 1 gewesen. Das ist sogar ein bisschen Munitioni. Geil, geil. Ich nehme gerne Munitioni. Vor allen Dingen, ich brauche noch mehr Munitioni. Ich nehme meine schöne Aufdeckpistole wie los. Dann liegt alles bereit bei dir. Jetzt kann ich wieder mit der Daten. Zack. Okay, geradezu ziemlich geradezu. Der ist der ja und wir haben es gemacht. Ich glaube auch, ich glaube auch. Sehr schön. Soll ich weiter zu Cäsar? Genau. Oh, oh, ich werde hier noch beschossen. Der muss gar nicht weit gewesen sein. Mach dir die Hände. Wenig Leben noch übrig. Ich trage meine Munitioni. Ja, komm, jetzt wird immer mal so kleines Munitioni rein. Ich will mal kurz noch meine, meine... Was soll ich? Wie heißt sie denn jetzt eigentlich? Diese Spätpistole. Ich habe abgestochen. Oh, hier ist einer bei uns. Ja, ja, ich sehe es auch gerade. Ich habe auch zu dir rüber geschaut. Schein, schau. Ich log da ja noch über meine kleine Mine. Boah, zu mir kommt einer. Zwei. Komm, komm, komm. Ja. Ich kann nicht zu dir. Ich gehe aber zu Clim-Torix. Jetzt vielleicht wieder. Jetzt vielleicht sogar wieder. Okay, gut, tipps. Oh, ich werde da gut beschossen. Da ist noch ein schwerer Tag bei B. Ich stecke mal ein bisschen was auf. Boah, da ist auch ein Tank bei C direkt. Ja. Ich gehe jetzt hier hoch. Schön, meine Granate über die Ecke schmissen. Gut, da bin ich mit beschossen. Ich könnte noch ein bisschen Leben gebrauchen. Komm, komm mal was raus. Sehr schön. Komm, mach mal. Mach mal wieder. Oh. Was geht hier ab? Unter euch müsste noch irgendwo einer sein. Oh, er ist jetzt down. Oh, oh, ne, ne, ne. Hier ist er reingekommen. Ha. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ich habe es geschafft. Gut, gut. Das dauert ja weh. Okay, wir kommen aber so nicht richtig weiter, ne? Also. Ich gehe gerade weiter. Zu Cäsar, eiskalt, ne? Ja, ich gehe weiter zu Cäsar. Mit 27 nehmen. Ich habe sogar noch 84. Da geht es mir ja noch gut gegen, ne? 80 Schadenhilfe zieht als Kill. Das reicht, das reicht. Oh, 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 hier wüsste wir es nicht. Oh, das ist ein Tank. Das ist schon wert, Herr. Oh, das ist hier noch gut bei Cäsar. Das ist schon mal die Munition. Äh, war schön. Ich habe ja auch gut einrasiert. Wenn das Ding erstmal ausgeklappt ist, ist es einfach richtig. Oh, Mann. Um die Ecke. Wieder in Deckung. Ich brauche Muni, Dude. Munitioni. Ich bin eine ganze Menge davon. Kann ich nämlich wieder spielen. Komm schon. Komm schon. Dang, wie ein Ding ist das kaputt gemacht worden? Munitioni. Wie lange brauchst du denn, um das nachzuladen? Jetzt, 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 jetzt. Wir haben es jetzt endlich mal. Ich glaube, hier wird reingesnippt. Ja, wir haben den Punkt. Wir haben den Punkt. Wir haben sie gepont. Jetzt können wir eigentlich weiter. Fangen wir mal an den Fehler. Steht es mit Werte? Oh, warte, hier draußen sind sie noch. Hier draußen sind sie noch beim Punkt. Okay. Der kommt jetzt auch gleich dahin. Ich spiele hier, aber hier ist im Unter-14-Z-Normierung ist keiner. Hier direkt bei mir ist der. Hat da nicht mit gerechnet. Im Turm rechts von hier müsste es so, glaube ich, sein. Hier rechts runter, genau. Hey, John. Schön, schön, schön. Gut angeschossen. Das ist, glaube ich, noch einer drin. Ja, da müsste noch einer drin sein. Cool. Vielleicht ist da einer drunter. Hier kommt einer rum. Komm, 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 komm. Ach, so knapp. Da kommt noch der Angriffsflieger. Boah, aber unser Kollege heilt schön. Okay, ich bin ganz oben. Und hier ist nichts. Ich leg jetzt nur meine Mino und komm weiter. Na, wo ist denn sein? Zeig doch. Komm, ich will deine Waffe. Ich will dich heilen können. Fuck. Ach. Ja, ich krieg hier noch. Ich sag dir, die stehenden Ziele sind die schwierigsten. Oh, ich hab seine Sachen jetzt aufgenommen, um ihn zu heilen. Okay. Einen hab ich noch. Ich kann dich sogar noch holen gleich. Pass auf, ich muss nur nachladen. Da ist aber noch einer, der guckt direkt. Da sind zwei sogar noch direkt an der Mauer. Aber am Unterteil, da kommt jetzt auf die Brücke rauf. Hier oben ist noch einer. Okay, den ignoriere ich. Komm, da gibt's den Schuss. Den Schuss, auf den du wartest. Wo, wo, wo? Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Okay. Alles cool. Ich geh mal hoch. Auf den Platz wieder zu Dura. Das muss eigentlich nur ein einziger sein. Ah, hier ist er direkt. Holst du den dir? Holst du den dir? Ja. Der war auch ein bisschen planlos. Sauber, sauber. Ah, direkt hier auf dem Platz müssen wir noch irgendwo sein. Steht's mit dem. Der hinterlässt mir sogar Munition. Geil. Das ist wirklich freundlich. Feind abkassiert. Sehr schön. Ich freue mich auf meine Granate. Ach, Mann. Das ist weg. Das ist weg. Immerhin ein paar googeln. Ich werde beschossen. Lass das. Lass das. Ich habe euch nichts getan. Okay, okay, okay. Ich hänge hier so ein bisschen fester zwischen Cäsar und Dura. Ich habe mir die Munition von dem Kerl geschnappt. Also die Bewaffnung. Jetzt bin ich auch wieder zu beobachten. Bei Dura, ja? Cäsar ist ein schwerer Tank. Ich habe nur einen Mörser jetzt von dem Typen hier aufgenommen. Ich kann da hinmörsern. Eiskalt. Komm, jetzt sacken wir meinen Mörser. Ja, neun Schaden. Ich habe ihn mal markiert, aber so richtig. 2 Infanterrissen sind auch noch auf dem Punkt. Willst du jetzt wirklich noch weiter mehr an? Ich will es hier auf jeden Fall halten. Mehr nicht, mehr nicht. So. Okay. Ich werde beschossen. Das ist gerade noch so ein leichter Fahrzeug. Das war gar nicht so weit gelatscht. Habe ich auch gesehen. Ich glaube, der fährt weiter. Ich glaube, der hört sich Florida. Komm, den haben wir. Sehr schön. Weiter geht's. Weiter geht's am besten zu B. Okay. Ich renne einfach mal Richtung B los. Ich bin unser Spotly, da ist er gerade nicht am Leben. Fuck. Komm einfach zu mir. Gibt's auch Munition. Wurde gesnippt. Und Kekse. Kann ich nicht viel für dich tun. Die sind im Haus, was von dir aus gesehen am nächsten ist. Im ersten Stock am Fenster. Ich wurde geheilt. Mir fehlt mein eigenes MGchen. Oh Gott, das ist sehr, sehr hart vertreten. Einfach mal wild hingemörsert. 10 Meter vorhin aufgestellt. Ich bin gleich laut. Gut, dann kriege ich wenigstens wieder meine eigenen Stuff. Hat auch alles vor Ort, halt. Oh, die Gasgranate ist ein bisschen eklig für mich. Ich muss doch anlegen. Ich habe schon ein paar getroffen. Ich finde das Ding geil. Ein paar Kelle ich mit der Martino Henry. Na komm. Wenn du sie anschießt, reicht mir das eigentlich. Nö, nö, nö nicht. Oh, nochmal hier schön einrasiert, Mensch. Jetzt müssen wir langsam aufs Gelände rauf. Ich bin drauf. Och, aus dem Fenster da, nein. Gut, mitten auf dem Platz zu stehen, ist auch nicht so clever. Oh, oh, unangenehm, unangenehm. Okay, aber den Plump da haben wir, ne? Boah, hier kommen wir schon wieder zu Cäsar eigentlich zurück. So wie es aussieht. Oh, mach den jene Henry. Der wird er zugeschlagen. Der muss ja gleich rum sein, ne? Ich habe ihn. Okay. Oh, die werden ja noch dicke kommen. Oh, ich kann sogar wieder schön mit meiner kleinen Pistole schießen. Zack. Das ist der Tank. Bei Cäsar ist er wieder irgendwo. Zwei. Scheiße. Der weiß, dass wir hier sind. Der weiß, dass wir hier sind. Ich umlaufe sie. Ah, Schade hier. Oh Mann, hier ist noch ein Infanterist. Wo? Zwischen ihnen. Pass auf, ich bin an dem Leichentank dran. Zack, die Mine. Ja, getroffen. 45 Schaden. Motherfucker. Oh, da steht der Letz, haben sie mich dafür aber. Ich habe noch einen mit der Martini. Die sind immer noch beide hier. Ich kann an denen so nicht vorbeilaufen. Das heißt, ich warte, bis du wieder da bist. Dann kannst du deinen dreckigen Spiel weiter machen. Ich mag hier so nur hier und da. Zwischendurch schieße ich mal auf einen, der ausgestiegen ist. Immer schön in Schach halten. Aber ich kann wieder einen schönen D-Auftäcke. Wo ist denn jetzt genau der Tank? Da, jetzt ist er. Okay. Oh, komm, der noch rum. Fuck, fuck, fuck. Ganz knappe Sache. Elf leben noch. Jetzt bin ich aufgedeckt. Kommt, Leute, lass mir irgendwie... Nee, ja, jetzt da unten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Oh, da ist noch der Tank. Der Tank guckt halt hier her. Das ist ein bisschen ehmisch. Ich muss mich erstmal ein bisschen heilen. Och, nö. Och, nö. Jetzt auch noch aus dem Flugzeug heraus. Oh, ganz mit einem. Ich habe es aufgedeckt. Oh, der legt ja noch. Oh, ja. Ich versuche es vorgehalten, noch ein bisschen aufzudecken. Nee, ich glaube, das war es. Dann komm mal rüber zu C. Lass uns mal zu F gehen. Zu F? Ja, wir können auch zu F gehen. Bisschen mal ausreißen. Down der Fleischer. Gut, ich gehe mal zu F. Du kommst einfach danach bei Gelegen. Ja. So. Das muss doch dort werden. Aber ich glaube, ich bleibe weiterhin auch bei der Martini. Ich spiele das Ding jetzt zu Ende. Oh, komm, ich darf mich jetzt stehen. Den Arsch gerettet. Hinter dir ist noch einer. Ja, ja, ich sehe nicht den. Der rennt gerade zu meiner Leiche. Der hat nur eine Stole. Der nimmt meine Sachen auf. Ja, schön. Schön. Och, trotzdem nur 10 Leben ist nicht angenehm. Und ich sehe es schon, wenn ich auf der Karte und die Granate ist falsch gemacht. Unfall! Ist auf jeden Fall am Stösel. Nö, sieht gut aus. Guck mal, da ist sie doch, 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 das ist einer. Eee. Ja. Easy Punkte mal zur Abwechslung. Nach den ganzen Parten Fights da. Das ist ein Struggle. So, okay. Okay, okay, dann fahr mal weiter. Ich gucke links raus, ja. Also, wenn du mich irgendwie an den Karten mit den Panzern so selten gespielt hast, ich kann ja gar nicht mehr unbedingt sein, wie die Granaten richtig fliegen. Deswegen muss ich auf jeden Fall jetzt mal gleich den Flieger da beschießen. Ach. Ich fahr weiter zu Dora, Beata und dazu Cäsar wahrscheinlich. Beata wird auch schon wieder eingenommen. Ich guck jetzt mal hinten raus, ja. Ja, ist gut. Hinten ist eigentlich gar keine schlechte Pose. Das ist halt einfach das schönste MG hier noch. Hm. Wir liegen irgendwie auf der Seite. Ja, ich seh schon. Jetzt nicht mehr. Wir haben da so eine eingebaute Spielzeuge. Das ist mal wieder richtig. Sprengschaft zerstört. Ja, nice. Wir verlieren B immer noch. Ja. Wo ist er denn? Oh, da oben ist ein Light Tank. Ich hab immer noch den Automatismus. Der hat gerade einen Infanter, der hat den Light Tank gerettet, weil er dazwischen gelaufen ist und die Granate abgefangen hat. Oh, 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 oh. Ich hab immer noch den Automatismus von Battlefield 4 die ganze Zeit immer aktiven Schutz rauszuhauen. Tja, das gibt's ja nicht mehr. Der ist so neuer. Schön, schön, schön. Auch schön. Hab ich gut gesehen. Okay, ich komm mal wieder rein. Warte mal kurz. Okay. Wenn ihr weiterfahrt. Ja, ich versuche zu Cäsar ranzufahren. Ja, ich... Oh, das Ding ist schon gar nicht schlecht. Aber ich muss wahrscheinlich wirklich die mit Flammen nehmen. Oder auch, wie jetzt nicht geachtet. Cäsar. Komm, schöne, den Bomber. Ja. Okay, du kannst gleich rückwärts. Geh mal, bist du hinten raus? Ja, ich bin hinten raus, genau. Gut, dann müsstest du vielleicht dann raus. Jetzt schießt die. Oh, ja, Christi, Christi. Uh, jetzt kommt der Dach vorbei. Guck, schön auf die Brücke. Schön auf die Brücke gucken. Schwerer Tank. Bei D. Da kann ich mir dagegen mal drehen. Da sollten wir drehen. Ganz, ich bin hier draußen, Alter. Adieu, Adieu, mein Lieber. Bam. Er hat mich trotzdem noch erwischt. Durch wird Schatzanfänger gerade, ey. Was sind wir hier noch für Waffen? Wie weit ist der weg? Er steht schon wirklich mehr da. Also nicht im obersten Kreis sozusagen, aber davor. Er hat auf jeden Fall seine Kette zerstört. Das war da, dass ich so schnell... Oh, wir haben Nebel. Geil. Geil. Gibt es ein Flammschützen? Geht auch noch irgendwo. Ich soll mich mal von der Seite ein bisschen ranzuschnicken. Dann wäre ich ihn zu Tode. Oh, hier ist noch einer drinnen. Uh. Daunen an der Gaskranate. Och, das habe ich irgendwie nicht richtig mitbekommen. Kommt vor. Das ist ja der Eke. Also dieses komische Revolver-ähnliche Rewehr, was ich als Pilot habe, als Fahrer hatte, das ist irgendwie kacke. Aber mit dem 1911er, mit der Luftwaffe. Waren wir zu Cesar? Ja, es spielt sich halt weitestgegen wie eine Pistole, ne? Nee, aber eigentlich hat die einen langen Lauf. Das heißt, du musst eigentlich eine höhere Durchschlagskraft haben. Ich spiele die einfach wie Pistole und dann geht das halbwegs. Aber ich finde, viel mehr kannst du mit denen auch nicht machen. Oh, da kommst du schon gerade zu. Ich spiele ja normalerweise die Frommer Stop mit einer Auto-Variante. Und da geht das eigentlich. Boah, man sieht echt nicht weit. Hier ist es ein schwerer Tank. Richtung B. Komm, einmal rein zu euch. Wenn sie es und dann trotzdem auf die schießt, das ist schon cool. Die kommen gleich hier um die Ecke. Oh, Gas. Ich habe mich aufs Gas geachtet. So, ich werde schon live. Schön. Das ist ein Danke. Äh, nee, nicht ein Los, Los. Und Danke. Und ich bin nicht tot. Das ist klar. Wo ist denn der Tank hin? Keine Ahnung. Ich kann auch gerade nicht aufdecken, weil ich ja von so farbe. Kommen sie denn da auch? Nee, Gas, Gas. Feindliches Gas. Ich bleib bei der 1911er. Der bin ich irgendwie besser. Boah, die ist ein Schröterich. Der kommt auch gleich rein. Okay. Ist jetzt in meinem zerbombten Turm. Hier ist einer noch zu seinem Atzen gespawnt. Ich war hinter ihm einfach gemessert von hinten. Der muss sich so ärgern. Jetzt habe ich die Hellregel. Jetzt habe ich wenigstens mal eine andere Klasse. Oh, der sieht irgendwie cool aus. Ich gucke, ob ich hier ein bisschen C4 über die Brücke schmissen kann. Huh? Das ist doch nicht ganz so klar. Wo fährt denn hier das Fahrzeug herum? Ist doch irgendwo das Fahrzeug unterwegs. Ja, der, der auf die Nähe ist, die Hellregel, ganz witzig. Scheiße. Aber so insgesamt macht die mir trotzdem irgendwie ein bisschen zu wenig Schaden. Obwohl die, glaube ich, die coolste MP ist. Der Panzer ist bei Cesar. Boah, habe ich hier noch welche wegrasiert. Da kamen so viele. Schräftig. Ich versuche hier ein bisschen noch was zu reißen. Wir haben gar nicht mehr so viele Tickets. So viel gewollt. Nö, meine Haftbiene hat doch noch eingekillt. Ich wollte ihn da eigentlich schön ins kleine Kastell, die Haftbiene, reinschmeißen. Ich habe den Tank gesprägt, aber Gäber. Okay, ich sehe eine Schmiedung. Ja, ich glaube, jetzt kannst du es nicht mehr drauf fahren. Zu kleinen Lackschot. Sagen wir mal, Florida ist da. Stehen wir mal da. Ich habe mehr Dora. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg zu Florida. So, ein Tank. Ich höre da noch ein Tank. Ich höre da noch einen Abnehmer für eine kleine Haftbiene. Also wir nehmen hier richtig schön safe over. Da kommt langsam Gegenwehr auf. Schön. So, wir können uns wieder treffen. Wir können uns wieder treffen. Wo meinst du denn rum? Ich bin jetzt bei Florida. Okay. Ich spreche erst mal ein kleines Häuschen. Ich gehe auf, um hier einen Slipper runterzufegen. Der versteckt sich. Wird heavy, wird heavy. Das ist ja gar nicht gewesen. Ich spreng hier die Häuser. Ich versuche es zu dir zu schaffen. Ich habe noch fünf. Ah, ich halte mich langsam hoch. Das geht wieder. Was ist der denn hier? Ich glaube, die sind alle dort. Das ist ja noch viel besser. Ja, ich glaube, der ist tatsächlich dort. Jetzt fehlt mir das Sprinten. Ich will doch auch noch die Punkte. Aber bei Florida wird es knapp. Vielleicht bei Cäsar. Was meinst du denn bei Cäsar? Müsste es vielleicht noch abgehen. So, jetzt erst mal. Komm, Munizioni. Ich brauche Munizioni. Ja, das Fahrzeug ist da hoch. Vielleicht so ein bisschen rechts rum. Vielleicht mit dem Fahrzeug hier. Da komme ich einfach mal dazu. Sneaky ist immer gut. Äh, warte, warte. Okay. Ich mache Ihnen Angst. Wir fahren nur bis ran und dann gehen wir den Rest zu Fuß. Wir haben Einsatz. Ich sehe nichts in den Nebel, ne? Ich sehe es auch nicht wirklich was. Gas. Ja, ich setze auch meine Gasmaske. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Scheiß, ich kriege keine Wischen rein. Ich renne durchs Nichts. So, jetzt geht es wieder. Habe ich gesehen. It is down. Okay, zu Bertha. Vielleicht sogar wieder mit dem Fahrzeug. Nö, ich bin jetzt zu Fuß, aber ich werde hier beschnippt. Ich muss mir jetzt erst mal hinwehen. Ich bin gleich tot. Drei Schaben sind mir. Das hat weh. Schön mit der gleichen Bar ein bisschen gesniped. Müsst ihr noch irgendwie gut kommen, ne? Bei Dora sind es auch schon wieder. 61 Schaden. Fuck, ich kriege den aber nicht. Läschig kommen. Ach, ich komme gleich noch. Ich bin gleich bei B dran. Ich glaube, auf der Ultra-Sniper-Pose ist auch einer. Also pass auf. Oh, ich wurde abgeknallt. Ich glaube, der war schon hinter mir. Ich weiß es nicht. Fuck, ich wurde auch geschossen. Sogar vorm Snipper, da waren doch echt noch zwei, drei Leute. Ich dachte, so viel wären da gar nicht mehr. Und der Magic, der mich heilen wollte, ist auch draufgegangen. Ich war zu Gustav. Ich habe die da gut beheizt. Ja, wir auch. Wir auch. Ich habe noch einen. Ich habe einen umgefahren, ne? Ich habe es gesehen. Da ist ein Bly-Tank. Ich glaube, er wird dir keinen Schaden mehr zufügen können. Nee. Das Sprengen mit der Haftmine ist einfach supergeil. Ich weiß, das macht Laune. Wir haben es auch gewonnen. Schön knapp. Spannendes Spiel. Ja, da habe ich die letzten Runden auch nicht mehr als Sniper gespielt. Da müssen wir mal ein paar Pünktchen extra gemacht haben. Ich bin mal gespannt. Ich war lange Zeit Erster, aber ich glaube, du hast mich zum Ende hin abgelöst. Ja, ne? Guck mal, was die Highlights sagen. Ja, sind wir beide vertreten. So war es sich doch am liebsten, ja. Aufmunitionierung, verteidigte Flaggen. Oh, nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja, ich habe es geschafft. Bin nochmal dran vorbeigezogen. Ich komme gerade nicht in den Punktestand rein, aber ich sehe es ja bei dir drüben. Aber doch, guck mal, unser ganzes Wort gut vertreten. Schöne Sache. Schöne Sache. Na gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017